Kaum zu glauben, 12% mehr Rente ab Juli 2024, aber nur für spezielle Rentnergruppen. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das zu Juli 2024 ist vorbei. Wir haben die allgemeine Rentenerhöhung um 4,57% sozusagen schon hinter uns gelassen. Die Rentenanpassungsbescheide werden gedruckt, sie werden versendet. 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen eine um 4,57% erhöhte Rente, gesetzliche Rente wohlgemerkt. Das sind Altersrenten, das sind Erwerbsminderungsrenten, das sind hinterbliebenen Renten. Auch die Renten aus der Altersversicherung für Landwirte werden um 4,57% erhöht und die gesetzlichen Unfallrenten. Das nochmal dazu, 4,57% allgemeine Rentenerhöhung. Jetzt gibt es aber eine Personengruppe innerhalb dieser 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, die nochmals einen Extra-Rentenzuschlag ab Juli 2024 bekommen werden. Wir haben davon ganz oft berichtet, viele Beiträge geschrieben. Wir werden aber sehr häufig zu diesem Thema immer noch angeschrieben. Die Leute haben einfach einen unglaublichen Informationsbedarf und ich will einfach nochmal dazu etwas sagen. 12% mehr Rente, kaum zu glauben. Ja, das ist tatsächlich so. Aber eben nur für eine ganz bestimmte Gruppe oder für Gruppen von Rentnern aus diesen 21 Millionen, die in Deutschland Renten beziehen, gesetzliche Renten beziehen. Und zwar haben wir ja diesen sogenannten Extra-Rentenzuschlag, den es ab 1.7.2024 geben wird. Der wird im Übrigen dann auch zwischen dem 10. Juli und 20. Juli erstmal gezahlt, als Extra-Rentenzahlung zur normalen Rente gezahlt. Und dieser Zuschlag kann bis 7,5% hoch sein. Und zwar von der durch die Rentenerhöhung erhöhten Bruttorente und den sich hieraus ergebenden Auszahlbetrag. Daraus werden dann die bis zu 7,5% Zuschlag errechnet. Die Rentnergruppen, die den 7,5% Zuschlag erhalten werden, die sind klar gesetzlich definiert. Nach dem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz sind das die Leute, deren EM-Renten oder nach deren EM-Renten zum Beispiel in der Zeit vom 01.01.2001 bis einschließlich 30.06.2014 erstmals begonnen haben. Oder die als Nachfolgerenten dann hieraus eine entsprechende Altersrente beziehen und diese Renten, entweder die EM-Rente oder die nachfolgende Altersrente, dann am 30.06.2024 noch an diesem Stichtag Bestand hatten, also ausgezahlt worden sind. Und diese Leute bekommen einen Zuschlag von 7,5% auf den Auszahlbetrag der durch die Rentenerhöhung erhöhten Altersrente. Also das ist ganz wichtig für Sie, dass Sie das auch wissen. Und da kann es eben tatsächlich eine Zuschlagserhöhung oder eine Rentenerhöhung um 12,07% geben. Das ist sozusagen der rechnerische maximale Betrag. 4,57% Rentenerhöhung durch die allgemeine Rentenerhöhung. Das betrifft alle gesetzlichen Rentnerinnen und Rentner plus 7,5% für den Zuschlag aus der entsprechenden, durch die Rentenerhöhung erhöhten Netto-Rente. Netto-Rente meint immer Auszahlbetrag, also Brutto-Rente minus Krankenversicherung minus Pflegebeiträge ist gleich Netto-Rente Auszahlbetrag. Und dieser Auszahlbetrag wurde ja am 1.07.2024 praktisch erhöht durch die Rentenerhöhung. Sie bekommen ja dann letzten Endes ab Juli 2024 eine höhere Rente. Also meine Damen und Herren, das ist sozusagen das Thema 12% mehr Rente. Kaum zu glauben, aber wahr. Es ist tatsächlich so. Muss ich einen extra Rentenantrag stellen für den Zuschlag? Nein, müssen Sie nicht. Die Deutsche Rentenversicherung filtert alle Begünstigten heraus. Sollten Sie begünstigt sein und Sie bekommen nicht diesen Zuschlagsbescheid zugestellt. Ich will voranstellen, der Zuschlagsbescheid ist ein anderer Rentenbescheid als der Rentenanpassungsbescheid. Den bekommen die 3 Millionen Begünstigten zugestellt. Und da steht eben drin, Sie erhalten den Zuschlag, die Höhe des Zuschlags als Netto-Auszahlungsbetrag, dann den Zeitraum der Befristung der Zahlung bis 30.11.2025. Danach wird die ganze Geschichte ja wieder neu berechnet. Also meine Damen und Herren, das ist ein saftiger Zuschlag. Und wenn Sie diesen Zuschlag erhalten, können Sie sich freuen. Sollten Sie ihn nicht erhalten und Sie denken, Sie sind im Kreis der Berechtigten mit drin, dann fragen Sie bitte bei Ihrer Rentenversicherung nach, warum Sie diesen Zuschlag noch nicht erhalten haben. Ich empfehle, das erst ab August 2024 zu tun, weil schlicht und ergreifend noch der ganze Juli da ist und Sie abwarten müssen, ob Sie nicht doch schon den Bescheid bekommen oder schon dann bekommen haben. Dann können Sie aufatmen und sich zurücklehnen und sich auf Ihren bis zu 12% höheren Rentenbetrag freuen dürfen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.